... und den Siggi. ... und den Siggi. Habt ihr euch einmal gefragt, wer das sein könnte, der Kali so zugerichtet hat? Und den Siggi? Und wer die Schnur im Garten des Doktors gespannt hat und die Scheune angezündet? Haben Sie keine Angst, dass Ihre Schüler Sie auslachen, wenn Sie da so mit mir tanzen? Martin, pass auf! Warum soll Gott wollen, dass du stirbst? Müssen alle sterben? Ja. Wirklich alle? Ja. Darf ich hierbleiben diese Nacht? Schicken Sie mich nicht weg. Ich hab so Angst auf der Landstraße. Ich weiß jetzt, wer all diese Verbrechen begangen hat. Wer? Ja. 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 Mühe ich mich, euch Gottes Wort nahe zu bringen und euch in seinem Geiste zu verantwortungsvollen Menschen zu formen. Verzeihen Sie, Herr Vater. Bitte verzeihen Sie. Weiß ist, wie ihr alle wisst, die Farbe der Unschuld. Und es soll uns auch geliehen. Grüße, Herr Vater. VERSE Vielen Dank.